Hast du dich jemals gefragt, warum das Gras grün ist? Oder warum der Himmel blau ist? Die Antworten liegen oft nicht in dem, was du siehst, sondern in dem, was du fühlst. Dankbarkeit, ein einfaches Wort, das eine komplexe Welt in deinem Inneren verbirgt. Diese Informationen könnten einen großen Einfluss auf deine geistige Gesundheit, deine Beziehungen und dein allgemeines Wohlbefinden haben. Teile dieses wertvolle Video, abonniere unser Kanal, damit auch andere von dieser wichtigen Botschaft profitieren können. Wusstest du, dass Dankbarkeit nicht nur dein Wohlbefinden steigert, sondern auch deine physische Gesundheit verbessern kann? Wenn du dankbar bist, entzündet sich ein Licht in der Dunkelheit deiner Sorgen. Stell dir Dankbarkeit als eine Brücke vor, die dich über die stürmischen Gewässer des Lebens trägt. Sie lehrt dich, in jedem Moment etwas Wertvolles zu sehen, selbst in Herausforderungen. Diese Perspektive verändert nicht nur, wie du die Welt siehst, sondern auch, wie du auf sie reagierst. Mit Dankbarkeit im Herzen öffnest du dich für die Fülle des Lebens. Dankbarkeit ist auch ansteckend. Sie breitet sich aus wie Wellen, wenn du sie mit anderen teilst. Es ist wie ein warmes Lächeln, das du weitergibst. Und in einer Welt, die oft von Negativität überschattet wird, kann deine Dankbarkeit ein leuchtendes Vorbild sein. Sie zeigt, dass in jedem von uns ein unermesslicher Schatz an Positivität und Hoffnung steckt. Darüber hinaus ist Dankbarkeit der Schlüssel zu tieferem Selbstbewusstsein. Indem du das Gute in deinem Leben anerkennst, erkennst du auch deine eigenen Stärken und Erfolge. Dieses Bewusstsein nährt dein Selbstwertgefühl und deine persönliche Entfaltung. Die Praxis der Dankbarkeit kann dich auch lehren, im Hier und Jetzt zu leben. Anstatt ständig in die Zukunft zu schauen oder in der Vergangenheit zu verweilen, hilft dir Dankbarkeit, den gegenwärtigen Moment zu schätzen und voll auszukosten. Dankbarkeit öffnet auch die Tür zu mehr Großzügigkeit und Mitgefühl. Wenn du dankbar für das bist, was du hast, bist du eher bereit, mit anderen zu teilen und ihnen in ihren Bedürfnissen zu helfen. Dieses Geben und Nehmen schafft eine Kultur der Fürsorge und des gegenseitigen Respekts. Letztlich ist Dankbarkeit ein Weg zur inneren Ruhe. In einer Welt, die oft laut und chaotisch ist, bietet ein dankbares Herz einen ruhigen Zufluchtsort. Es erinnert dich daran, dass, egal was um dich herum geschieht, es immer Gründe gibt, dankbar zu sein. Positives Denken, der Baumeister deiner Realität. Positives Denken klingt wie ein Klischee, nicht wahr? Aber lass uns tiefer graben. Dein Gehirn ist wie ein Garten. Positive Gedanken sind die Samen, die die schönsten Blumen blühen lassen. Jeder deiner Gedanken ist ein Pinselstrich in dem Gemälde deines Lebens. Und denke daran, jeder positive Gedanke ist wie ein Stern in der Nacht. Er mag klein erscheinen, aber er hat die Kraft, die Dunkelheit zu erhellen. In Momenten der Herausforderung ist es das positive Denken, das wie ein Leuchtturm wirkt, der uns den Weg weist. Indem du deine Gedanken bewusst steuerst, formst du nicht nur deine Einstellung, sondern auch die Art und Weise, wie du die Welt um dich herum erlebst. Es geht nicht darum, die Realität zu ignorieren oder Schwierigkeiten zu leugnen. Vielmehr geht es darum, die Kraft zu erkennen, die in einer hoffnungsvollen Perspektive liegt. Positives Denken ermöglicht es dir, Lösungen zu finden, wo andere nur Probleme sehen. Es ist der Funke, der Kreativität und Innovation entfacht, der Motor, der dich vorantreibt, selbst wenn die Zeiten hart sind. Stell dir vor, wie jede positive Überlegung, die du hast, dein Selbstvertrauen stärkt. Wie ein Baum, der im Laufe der Zeit wächst, stärken positive Gedanken deine innere Stärke und Resilienz. Sie sind das Fundament, auf dem du ein erfülltes und glückliches Leben aufbauen kannst. Positives Denken ist auch ein Geschenk, das du anderen geben kannst. Deine positive Energie kann ansteckend sein, sie kann andere inspirieren und motivieren. In einer Welt, die oft von Pessimismus und Zynismus geprägt ist, kann dein Optimismus eine Welle der Veränderung auslösen. Darüber hinaus formt positives Denken die Art und Weise, wie du mit anderen interagierst. Es fördert Mitgefühl, Verständnis und Geduld. Wenn du positiv denkst, öffnest du dich für tiefere und bedeutungsvollere Beziehungen, sowohl in deinem persönlichen als auch in deinem beruflichen Leben. Denke auch an die körperlichen und psychischen Gesundheitsvorteile. Studien haben gezeigt, dass positives Denken Stress reduzieren, das Immunsystem stärken und sogar die Lebenserwartung erhöhen kann. Es ist also nicht nur eine Frage der Einstellung, sondern auch ein Weg zu besserer Gesundheit und Wohlbefinden. Und schließlich erinnere dich, dass positives Denken eine Reise ist, kein Ziel. Es ist ein fortwährender Prozess, der Übung und Hingabe erfordert. Jeden Tag hast du die Wahl, deine Gedanken in eine Richtung zu lenken, die dein Leben und das Leben der Menschen um dich herum bereichert. Loslassen der eigenen Rechthaberei dein Schlüssel zur Freiheit. Im Recht zu sein. Eine süße Versuchung, die oft zu bitteren Ergebnissen führt. Wenn du loslässt, öffnest du die Tür zu einem Raum der Verständigung und des Friedens. Manchmal ist das größte Recht zu erkennen, dass es mehr als eine Wahrheit gibt. Das Festhalten an deiner Meinung kann wie eine Festung sein, die dich schützt, aber gleichzeitig isoliert. Durch das Loslassen öffnest du die Fenster dieser Festung und lässt frische Luft und neue Perspektiven herein. Es ist ein mutiger Schritt, der dich in eine Welt führt, in der Dialog und Verständnis herrschen. Denke daran, dass jeder Mensch seine eigene Lebensgeschichte hat. Indem du die Möglichkeit zulässt, dass andere Perspektiven genauso gültig sein können wie deine, bereicherst du dein eigenes Verständnis und wächst als Mensch. Es ist ein Zeichen von Stärke, nicht von Schwäche, unterschiedliche Ansichten zu akzeptieren und zu respektieren. Das Loslassen von Rechthaberei eröffnet auch die Möglichkeit, Konflikte auf konstruktive Weise zu lösen. Es fördert die Zusammenarbeit und schafft eine Atmosphäre, in der Probleme effektiv angegangen werden können. Es ist der Schlüssel zu dauerhaften Beziehungen und echter Teamarbeit. Darüber hinaus befreit dich das Loslassen von Rechthaberei, von dem Gewicht des ständigen Beweisdrangs. Es ermöglicht dir, dich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und die Schönheit des Augenblicks zu genießen, anstatt ständig auf der Verteidigung zu sein. Das ist wahre Freiheit. Abschließend ist das Loslassen der eigenen Rechthaberei ein Weg, um echtes Mitgefühl und tiefere menschliche Verbindungen zu entwickeln. Wenn du die Welt durch die Augen anderer siehst, entdeckst du nicht nur neue Horizonte, sondern baust auch Brücken, die Menschen zusammenführen. Die Macht deiner Gedanken, der Architekt deiner Realität. Deine Gedanken sind die Bausteine deiner Realität. Jeder Gedanke, jede Emotion formt die Welt, in der du lebst. Bist du ein Architekt des Positiven oder des Negativen? Jeder Moment des Zweifels, der Angst oder der Unsicherheit ist wie ein dunkler Schatten in deinem Geist. Aber erinnere dich daran, dass du die Macht hast, Licht in diese Schatten zu bringen. Deine Gedanken können Wände niederreißen oder Brücken bauen. Sie können Hindernisse in Chancen verwandeln und Herausforderungen in Triumph. Die Worte, die du zu dir selbst sagst, sind mächtig. Sie können dich aufbauen oder niederdrücken. Positive Selbstgespräche sind wie ein freundlicher Begleiter auf deiner Lebensreise, der dir Mut und Zuversicht schenkt. Deine Gedanken beeinflussen nicht nur deine Gefühle und Handlungen, sondern auch, wie andere dich wahrnehmen. Ein positiver Geist zieht positive Menschen und Erfahrungen an. Es ist, als würdest du eine Einladung an das Universum aussenden, dir Gutes zu bringen. Denke daran, dass Gedanken wie Samen sind. Was du heute denkst, wächst morgen in deinem Leben. Säe Gedanken der Liebe, des Mitgefühls, der Dankbarkeit und der Hoffnung. Nähere sie mit Achtsamkeit und Beobachtung und du wirst sehen, wie sie in deinem Leben blühen. Schließlich erkenne die transformative Kraft der Vision. Deine Fähigkeit, in deinem Geist ein Bild deiner idealen Zukunft zu erschaffen, ist der erste Schritt, um sie Wirklichkeit werden zu lassen. Sei der Architekt deiner Träume. Forme deine Realität mit jeder bewussten Gedankenwahl. In der Stille der Natur, weit weg von der Hektik des Alltags, findest du Antworten auf Fragen, die du nie gestellt hast. Die Reise nach innen ist die längste und lohnendste Reise, die du unternehmen kannst. Diese Informationen könnten einen großen Einfluss auf deine geistige Gesundheit, deine Beziehungen und dein allgemeines Wohlbefinden haben. Teile dieses wertvolle Video, abonniere unser Kanal, damit auch andere von dieser wichtigen Botschaft profitieren können. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.